Dann gehst du jetzt zum Türchen. Dann steht sie hier vorne wieder. Ach die will mich da rollen, die alte. Kannst du jetzt mal wieder ins Tor gehen? Merci. Stimmt, dass sie erst vorne zum Tor muss und dann darunter mitreiten muss. Ich weiß es nicht. Warte, da muss ich irgendwas noch machen. Sag mal, muss ich jetzt herunter oder nicht? Hä? Nein. Mal wieder Turbo ein. Und die hab ich schon angehabt. Ah, okay. Das holt glaub ich die Echse her. Ich zeig dir gleich auf Wut. Gott sei Dank haben wir das Jagdrevier auch schon. Ja, königliches Jagdrevier. Da ist es. Hä, ich hätt das doch... Oh, hol doch. Ich hätte es dann eingesetzt, wenn ich drin gewesen wäre. Es riecht nach Echse. Wie riecht denn eine Echse? Will der mich rollen? Komm her. Hm, warte mal. Ich versuche jetzt mal dahinter zu kommen, dann wird es nicht so schwer sein. Ach komm hier, Maul. Nimm einfach. Aua. 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 Ist gar nicht nett. Alter, wie verhalten die denn aus? Ah, Mekko Stoß auf den. Sensor. Äh. Wum, bouch. Dann ist eigentlich... Dann können wir eigentlich noch eine Foil-Heilung machen, dann haben wir es eigentlich. eine müsste gleich down gehen das war gewiss und tschüss auch noch nicht schnallangriffe sollten hoffentlich reichen wo ist das ding jetzt abgehauen ich versuche mal daran zu gehen ich mache es einfach an dass ich log das ding auf eine ecke stoß hier will sensen man eine magische barriere machen konzentrieren mal bringt euch noch nichts mit heilen kommt jetzt erst kommt jetzt der schaden rein und tschüss dann halt noch mal abwehren und noch mal konzentrieren bei bei wo noch zeit level 26 wie viele punkte gibt es sieben nice da haben wir hier gleich ein stück rein oder nein sechs stück rein haben und die machen ein fertig sie wird zu einer starb zauberin cool starb ok wir können bis jetzt die ex irgendwo hier ein beutel und mini medaille ok hier ist das ding anscheinend nicht da habe ich probiere ich mache mein telefon noch mal raus teleportieren königliches aktivieren und die müde rein wir müssen doch links lang streichen da kommen so oder was ah kapitel ne komm nicht der kleine auch noch komm wir rufen einfach das team geht glaube ich am schnellsten ja genau wie viel schaden macht der denn ey statt dass die auch nicht so eine gesundheitsleiste haben wie man sehen kann wie viel schaden die noch haben oder wie viel leben die haben ist sehr interessant komm du kannst jetzt mal schön drauf gehen mein freund ja voll da war es auch oh so viel ach du ernst ist nicht noch was größeres gehen wir fliehen danke danke na sicher kann ich die anköder dafür gibst du bestimmt diese kürbis hier die werden nicht umsonst da 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.